Oh, so... Oh, so pissig! Drei, zwei, drei... Was? Taki-taki, Roomba! Was ist da jetzt, oder? Und jetzt? Hey, hey, hey! Aber so eine Nacht neben dir zu schlafen, ist auch einfach waterboarding. Tamasch wacht auf, obwohl er selber schnarcht wie eine Seeroppe, Alter. Weil er meinte, du hast Hilfe geschrieben, einfach. Hilfe! Ich sag dir ehrlich, ich dachte, du stürst. Tollste von mir, ja. Oh, Digger, ich liebe dich. Man, riecht mal den Schlickschnunsch, Alter. Schlickschnunsch! Und die Chips an der Wand Der braucht viel Bass. Beim letzten Mal war der so dünn, ne? Ah, das ist ein reuchte Erlösung. Ein bisschen Rockenruhe muss sein. Die Zeit dreht sich für mich, wieso jetzt alles langsam gemacht hat. Ich höre nur so... Ja, ihr wisst das alles nicht. Für uns ist das hier. Sogar bei den Großen alles. Tschüssikowski, sag ich mal so, wa? Old man, no technique. Mit Juicy Beats. Es wird dunkel. Der Golem hat seinen Zettel im Mund. Wenn ich die aufhabe, ist eh alles vorbei. Ah! Hast du diese autistische Stimmung bei mir? Immer vorher dieses so... Kibbelig. Ok, so. Let's go! Let's go! Wo ist denn die Welt? 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 Wer hat Bock auf ein Problem? Lass mich hier enthalten, schwein auf die Freude Wer hat mich vor, wer hat mich vor? Denn ich hab genug Whisky im eigenen Film Und Bock auf ein Problem Wer hat mich vor, wer hat mich vor, wer hat mich vor Lass mich hier allein Wollte ich alles um mich drehen Basta, wenn du gehst Ja, die Viererrutsche Willkommen Kontra K steigt jetzt gleich ein Die lustige Truppe Frieden Auf der Suche nach dem Krieg Bauchmodell Schlacko fahren wir jetzt erstmal Und schön abschlacken Ein Wehen-Stimulator Sag doch mal was das ist Ein Wehen-Stimulator Wofür brauchst du einen Wehen-Stimulator? Das werden wir herausfinden Wofür wir den brauchen Eine Million, also insgesamt 2,5 Millionen Scoville Steicht das irgendein Mann sein Bier gleich? Ja und der ist dann morgen Knockout Wieso die spielen doch, die singen natürlich Ja, ja stimmt Kannst du ja immer mal deine Hand probieren Nee, auf gar keinen Fall Okay, bei mir kommt dann wirklich noch ein Baby raus Wie bei Total Recall Was willst du, Mr. Quaid? Nein Ich weiß doch gar nicht was es ist Doch ich weiß was es ist Was ist es denn? Muskel-Relax-Dings Nein, Relax Dicker, was ist das Alter? Es ist okay Entspann dich erstmal Wir fangen ganz langsam an Aaaaaaah Dicker, hör doch mal auf Aaaaaah 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 15 oder 15? Du darfst wählen 14, was heißt 14? Stopp Aaaaaah 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 Wow, ich hab mich besiegt Dicker Ich bin so krass Bleib da, bleib da Dreh sich ein Aaaaaah 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 Guck dir das mal an, da haste Keiner scheiß Ball, Alter Aaaaaah 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 Aaaaaaah 100 Sachen, linke Spur, roter Blitz. Das ist eine Herausforderung. Uns alle jetzt, Leute. Wir müssen alle aufgehen. So ist es okay, lass es. Das ist eine Glatze verlieren. Ich glaube, fantechnisch ist es krass heute hier. Ey, man muss aufpassen, es gibt Wespen aus der Bühne, wo die zwei gestochen sind. Das Haar wird grauer, Frau ist sauer, Bier ist Power. Bruder, mach nur, was du kannst. Ja, deswegen, das sind ja die. Ja, aber du machst manchmal auch was, was du nicht kannst und sagst dann irgendein anderes Wort. Ja, aber ich weiß das ganz genau. Verunsichere mich nicht. Rico Aka Verunsicherung, allgemeine Verunsicherung. Die Schienen sind ab, hol die Ration. Ja, Mann. Vergessen, dass er krank ist. Die Schienen sind ab, hol die Ration. Die Schienen sind ab, hol die Ration. Die Schienen sind ab, hol die Ration. Komm mal mit. Ich habe hier ein bisschen Land gekauft. In der Schweiz ist günstig. Hat man mir gesagt. Hier unten, richtig schön. Stehen noch irgendwelche hässlichen Bäume. Guck mal. Da kommen meine Weinreben hin. Da hinten, die Stadt wird komplett abgerissen. Da kommt mein Schloss hin. Da hinten steht schon von Max die Freizeitvilla auf dem hohen Berg da. Muss noch eine Mauer rum für die Leute, die nicht hin sollen. Also ihr? Baron von und zu. Daniel, tätowier mal bitte das Augenlid jetzt. Sie tun Tatties, ja? Shit, Mann. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, definitiv nicht. Perfekt. Sauber. Ja, Mann. Awesome. We're here. See me? Tom Brennan. Mr. Daniel. Master of the Ink. Guck mal, kommt der Kaktus. Schon sauber. Alter, ich trinke alkoholfreies Bier, Alter. Er trinke alkoholfreies Bier, Alter. Aber reicht echt Wodka, Alter. Ich glaube, wir haben's. Alter, ist doch super. Sorry, wie geil sieht's aus. Okay. Stiftung Warentam sagt, ja, richtig. Darf ich das? Schrift ist geil, ja? Wenn Rappen nicht mehr läuft, dann mit dem Kaktus. Hat die Kamera mehr, kann ich das sagen? Guck mal, ihr seht hier, das ist so smiley. Und ganz am Ende geht das Strich nach unten. Der verdroschen wird zu Hause. Der verdroschen wird zu Hause. Das ist meine Frau. Das ist der Mann. Faschisse. Das ist Garret. Oder auch G-Rye. Oder auch der Gret. Das ist ein harter Motherfucker. Auf jeden Fall ein zäher alter Knochen, würde ich sagen. Ein bisschen aufdrehen, Jungs! Aufdrehen! Was ist los? Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Endlich! Na, endlich! Ach, schön mit euch. Muss ich mal immer wieder betonen halt, ne? Schrei mit rum. Diese Art von Getränk mal irgendwie ein ordentliches Glas bestellen. Mit den Plastikbechern. Das ist irgendwie so ein bisschen stilos. Hier auf Haus trinken Rotwein. Möchtest du in Rotwein trinken, aber? Es ist gar nicht Rotwein. Ja, da muss man in einem Arschloch geredet sein. Also ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe nicht geschält wie sonst. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da stehen. Also wenn der Vorhang fällt... Nein, 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 nein. Sind alle Vuster? Nein, nein, nein! Wir wollen hier kein Treες mehr mit in Spass schauen. Komm nach vorne bis rund. Nein, 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 nicht hier vorne. Oh, bleib da. Hey, ich kasse an der Ferne. Wie an dem Schiff. Aber du hast das Ergebnis von Blut, ich weiß, was du kämen und was sehen, es hat alles von zu holen. Es kommt nur ganz nah davon, was du willst, Schatten oder Rest. Das war jetzt nicht so. Guck mal, blieb mal nach Hause. Babysoft. Und, geht's schon wieder um Geld? Nee, noch nicht. Ich bin dafür noch zu schlecht auf der Platte. Hast du die Abkühlung? Ja. Wenn du jetzt beide Ebenen miteinander verknüpfst, einfach so, zack, ist ein Euro. So, macht mal Geld. Hey, Rob, so. Wollt ihr den Ex-Freunden, oder? Deine Frau hat angerufen, du sollst dich melden, weil deine Kinder, deine Kinder wollen gerne mit dir sprechen. So blockt man den Cock. Du kriegst nicht zum Singen. 100 Punkten. Du kriegst mich nicht nur zum Singen. Nee, bei den Cops. Woller, bitte seid ihr Gesamtslehrer. Ich bin dein Gesamtslehrer. Ich bin dein Gesamtslehrer, du Hund. Das ist normal eine ganz andere Location, das macht dich halt aus. Hast du's gesehen? Wir verfinden uns herzlich. Das darfst du dir zeigen. Ich habe dir immer meine Freundschaft angeboten. Ich bin hier gekommen, zum ersten. Und jetzt wirst du dir das stehen, gefreint, du. So geil, ey. So geil, ey. AHH! Ja, ja! Das ist so liebebedürftig, ne? Wie los, Alter? Ja, 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 ja. Das war doch schön. Ich lasse ihn euch hier, er wird nicht aufstehen können wieder, ja? Nicht wecken, wenn ich schleiche. Doch. Doch, das war das linke Ei, das hat man am Gongschlag gehört. Erkennst du schon, der ist auch... Was? Ich habe vorhin nur verstanden, irgendjemand will mit seinen Akkonsignivvögel. Und seitdem sitze ich auf dem Boden und trauer. Es wird doch nicht besser, egal wie viel kaltes Wasser ich mir in den Nacken kippe oder so. Richtig? Ja. Das nervt mich schon, mein Schatz. Doch. War dolle. Ich weiß auch nicht mehr richtig wie doll, aber war schon okay. Du drehst jetzt. Das ist schlecht, mein Schatz. Aber der Formstück Scheiße ist wirklich schon krass. Das Flusspferd ist in Afrika südlich der Sahara zu Hause. Oh! Ranja, das Ding. Oh! Hast du es drauf? Natürlich. Sie sind allerdings eher mit den Schweinen als mit Pferden verwandt. Oh, Großer will ich doch gleich wieder nicht schlafen, Großer. Flusspferde sind trotz ihrer gefährlichen Waffen, die Eckzähne der Bullen können über einen halben Meter lang werden, sehr friedliche Tiere. Sie leben in oft großen Ansammlungen, in denen es nur selten zu Auseinandersetzungen kommt. Trotzdem gelten sie als sehr wehrhaft. Gerade Kühe mit Kälbern verteidigen diese oft auch gegen größere Raubtiere. Ein Schlickschnack! Hahaha! Hahaha! Ohohohoho! Verdammte Scheiße, Alter! Eine Million Skowild an dem... Alter, das ist das Brett! Ich schicke dich an dem Gras! Hahaha! Wenn du mein Gott meint. Du bist weg, kommst du wieder. Du bist weg, kommst du wieder. Du bist so wieder an der Zähne. Gib ihm richtig! Ja, mach das. Unbedingt, schöne Show. Ich möchte das Beste. Oh, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du. Na, zarter, ich bin topfit. Nee, geht so. Eine ACC akut, dann ist alles wieder gut. Kackte Bier ist abut. Mein Uropa ist klut. Willst du zarter, komm her. Ich schwitze wie ein Schweinegefühl. Einfach müde und verschwitzt. Das ist direkt direkt zu drei Tagen. Sweater ich mich hier ab. Der ist krank, Rico ist richtig krank. Psychisch schon lange. Körperlich diesmal auch ein bisschen. Mein Kopf ist manchmal nicht so richtig am funktionieren. Was habt ihr beide gerade zu mir gesagt? Ich muss weg gucken. Meinst du mich? Thomas spielt da beim Stagetail. Das ist der Bassist von Limp Bizkit und das ist Fred. Ich bin Fred Dost. Ich bin Fred Dost. Ich bin nicht mehr der Bassist von Limp Bizkit. Kontra K ist jetzt am Start. Viel krasser. Rambatamba, deine Linse musst du mal sauber machen. Highfield wird heute abgerockt. Oder Ferro. Guck, Arbeitsschuhe. Ich bin angekommen jetzt. Guten Tag, mein Name ist Thomas. Ich sitze jetzt im Backstage und werde gesund gemacht. Wir sehen uns in 10 Minuten. Jetzt besser. Mein Kind hat es nie ganz geschafft abzunabeln. Ich habe ihm auch gesagt, er hat striktes Handyverbot. Aber TikTok ist okay ein bisschen. Mama hat ja gesagt. Ich mach's dir da. Es ist aus, als ob du dir gleich ein Scheiß, Alter. Guck mal. Wir können denn nichts tun, wenn auch ein Trauriges Kapitel schreibt. Das wäre nicht schon hoch. Frau wird sauer. Bier ist Power, Mann. Bier ist für Penner, Alter. Wie kann ich homophobisch sein? Wie kann ich homophobisch sein? Ich bin noch niemals hinterher. Wir leben exzessiv. Bis ins Letzte hoch und tief. Der Rest bleibt bald für uns scheinbar. Ich kann hier runter und Vierat gucke so ein Vaterkomplex filmen. Ich bin direkt eingestehen. Alle wünschen sich diesen Gerdin so. Oh ja, sehr lieb. Beleidige mich bei Pause gefallen, damit ich besser wäre. Unsere Trucks sind irgendwo in Tschechien liegen. Das heißt, wir gehen mit Lighttrack auf die Bühne. Aber das haben wir beim Open Flair auch gemacht. Aber wie geht das immer? Für mich als wäre mir ein LKW zuschieben. Weil ich den gefahren habe. Der Alkoholiker weiß, wo er seinen Stoff herkriegt. Ja, schau. Das sehe ich dir doch an, Alter. Deswegen bist du so traurig. Weil er hat die heimlichen Zwischendosen nicht mehr gekriegt. Seit Nere kam zu mir. Oh ja, morgens hatte Tamar schon wieder geführt. Samson hat wieder mal Mittagessen. Wollen wir jetzt nicht? Nein, nein. Du hast heute deinen Kontrabil gepunkt. Ich und meinen eines. Lass es. Nur einmal kosten. Obelix. Nein. Man weiß nicht, was es bei dir anstellt, wenn du wieder trinkst. Dann komm schon, was du kriegst. Ein ganz kleines Schlüppchen. Ich tricke euch, Liga. Ich tricke euch, Liga. Nein! Hallo? Was macht ihr hier? Was brennt ab? Geht der einzigen Normale mit dir? Ja, die beiden einzigen Normalen, ja. Ist hier irgendwie so gut oder nicht? Ich tricke euch. Herr Doktor, meinen Sie, wenn mein Urin nach Galox Max riecht, ist alles okay? Ich denke, eine Woche Wasser trinken und ein paar von den Uraninfusionen und dann ist alles wieder drin. Darf ich? Hallo? Ja, komm. Halt meine Infusion. Kann man das in die Sprite kippen? Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß eigentlich was. Halt meine Sprite. Du bist doch der Arzt. Kannst du? Ja, ja. Herr Doktor, darf ich es trinken? Eigentlich sollte man das nicht mit Alkohol mischen, sondern mit Sprites. Oh, nee. Halt mal hoch. Das Blut läuft zurück. Halt mal hoch. Gib mir mein Blut zurück. Ohne Joschen macht es keinen Spaß. Er bringt immer gute Laune. Es gibt Menschen mit guter Energie und Joschen ist so eine. Man, verpisst euch doch alle. Du vor allen Dingen mit der Kamera. Und beziehst du mich dann dafür. Das ist normalerweise mein Job. Hilfst du bitte meinen neuen Song an? Das ist eine Stunde. Da warst du schon eh näher drin, Bruder. Ihr seid alle scheiße. Kein Bier vor vier. Der soll so ein Arschloch sein. Da warst du schon super. Der soll aber die opaque. Wenn man ist dann noch te guckse denn? Und die drehen. Der solloh! Der soll so ein Arschloch sein. Das warst dust hier. Der soll seinen Arschloch sein. Oder wie wir die neuen July atención advers jogar... Auch wenn du Kochungswürdig bist, oder ob auch mein Frontell Denn du stirbst ohne mich nicht, hast du geschwäxt Gänzen, wenn du gehst Und jeder hat den Zweifel! Danke für die Liebe! Nach oben, ich muss uns gleich ein bisschen zeigen Hopp, ich hätte dich schon gesagt, ob das dazut ist Gäldchen, weh der Herd auf dem Herd auf dem Herd auf dem Herd auf dem Herd Untertitelung des ZDF, 2020